Lernen im realen Arbeitsleben Voll eingebunden sein in den Betrieb und einen qualifizierten Beruf erlernen Schon während der Ausbildung wertvolle Arbeit leisten und für deine Tätigkeit entlohnt werden Beginnen kannst du eine Lehre, wenn du älter als 15 Jahre bist Je nach Beruf dauert sie zwischen 2 und 4 Jahre Dein Lehrlingsgehalt ist je nach Beruf unterschiedlich Während deiner Lehre arbeitest du zu 80% im Betrieb und lernst zu 20% praxisnah in der Berufsschule Deswegen sagt man auch duale Ausbildung Es gibt in Österreich mehr als 200 verschiedene Lehrberufe Vor allem in Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg werden in vielen Berufen Lehrlinge dringend gesucht Nach Abschluss deiner Ausbildung kannst du als Fachkraft sofort eine berufliche Tätigkeit übernehmen Deine Lehre BIC-AT Deine Lehre BIC-AT Deine Lehre BIC-AT DIN CHALLENGESGØA Deine Lehre BIC-AT